Theophyllin Theophyllin, auch Dimethylxamthin genannt, ist ein Alkaloid, das erstmals 1888 vom deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Alfred Kossel aus Teeblättern isoliert und auch benannt wurde. Theophyllin wird seit über 100 Jahren als Mittel gegen Asthma und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD angewandt. Seit einigen Jahren macht Theophyllin aber auch Rede von sich im Einsatz gegen Multiple Sklerose MS bzw. Encephalomyelitis Disseminata ID. In diesem Infoartikel beschreibe ich, worum es sich bei Theophyllin handelt, was es mit Theopromin auf sich hat, welche Ähnlichkeiten zur 1,3-Dimethylharnsäure bestehen, welche Kontraindikationen existieren und noch viel mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Theophyllin, wir fahren nach Lodge. Theo, wir fahren nach Lodge ist ein bekannter Schlagerhit aus den 70er Jahren von Vicky Leandros, der auf dem Original Rosa, wir fahren nach Lodge basiert von Fritz Lohner-Beder und Arthur Marcel Werau aus dem Jahre 1915. Unter der Sonne also auch in der Musikindustrie nichts Neues. Lodge hieß ja auch mal Litzmannstadt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Im Grunde genommen hat beides nichts mit Theophyllin zu tun. Ich wollte sie an dieser Stelle nicht nachführen, aber ich fand das Wortspiel bzw. die Hinführung mit Theo zum Thema Theophyllin einfach so verführerisch. Was etymologisch wirklich in Theophyllin steckt, sind folgende Begrifflichkeiten. Lateinisch Thea gleich T oder alternativ auch Lateinisch Theos gleich Gott und griechisch Phylon, was auf Deutsch Blatt bedeutet. Demnach unterm Strich etwa so viel wie Stoff aus T-Blättern oder Blatt der Götter oder Blatt Gottes etc. Der Begriff hat also nichts mit irgendeinem Theo zu tun und kommt auch nicht aus Lodge. Stattdessen beruht es auf T-Blättern, aus denen der deutsche Arzt, Biochemiker und Nobelpreisträger Albrecht Kossel erstmals 1888 die Substanz isolieren konnte. Nun kennen wir die etymologische, also sprachwissenschaftliche Bedeutung und die historische Entdeckung. Die erste synthetische Erzeugung, also die künstliche Herstellung, gelang dann 1895 den deutschen Chemikern Lorenz Ach und Emil Fischer auf Basis der sogenannten 1,3-Dimethylharnsäure. Diese setzt sich zusammen aus Di, von griechisch Dis, was so viel wie zweimal oder doppelt bedeutet, Methyl, von griechisch Methy, Methyos, was so viel wie Rauschdrang oder Wein bedeutet und die Harnsäure, nicht zu verwechseln mit Harnstoff. Er gibt unterm Strich dann also die 1,3-Dimethylharnsäure mit der Formel C7H8N4O3. Der chemische Syntheseweg, der bis dato immer noch Anwendung findet, wurde dann 1900 vom deutschen Chemiker Wilhelm Traube beschrieben. Die 1,3-Dimethylharnsäure unterscheidet sich nur durch ein Extrasauerstoffmolekül, also Oxygenium gleich O, von Theophyllin, was wir in der nachfolgenden Grafik sehen. Chemisch gesehen ist Theophyllin ein Naturstoff, respektive ein sogenanntes Alkaloid, also eine alkalische, stickstoffhaltige organische Bindung, abgeleitet von Xanthin, für griechisch Xanthos gleich Gelb, einer Substanz mit gelblich-weißer Farbe, der sogenannten Nukleotidstoffwechsels. Aufgrund dessen wird Theophyllin auch als Dimethylxanthin bezeichnet. Wie wir bereits gesehen haben, sind sich die 1,3-Dimethylharnsäure und das Theophyllin sehr ähnlich. Beide bestehen aus den folgenden Elementen. Im Falle von Theophyllin sind dies C gleich Karbon, also auf Deutsch Kohlenstoff, H für Hydrogenium, also Wasserstoff, N für Nitrogenium, gleich Stickstoff und O gleich Oxygenium, also Sauerstoff. Ergibt unterm Strich dann die C7H8N4O2 für Theophyllin. Allesamt also Elemente, hier dunkelgrün umrahmt, aus der Gruppe des sogenannten Nichtmetalle. Auch in diesem Artikel sei erwähnt, dass die Stoffgruppe, hier hellgrün dargestellt, nur zur Abgrenzung der übrigen Stoffgruppen dient und farblich willkürlich gewählt wurde. Die Farben einzelner Stoffgruppen variieren von Periodensystem zu Periodensystem. Theophyllin und Theobromin Theophyllin und Theobromin sind beides Inhaltsstoffe sowohl von Kaffeesorten als auch von Teearten. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Theophyllin um ein Alkaloid. Dieses trifft auf natürliche Art und Weise stets gemeinsam mit sogenannten Purinalkaloiden auf. Hierzu zählen beispielsweise Koffein und eben Theobromin. Etymologisch höchstwahrscheinlich von Lateinisch Theos für Gott und Griechisch Broma gleich Speise. Demnach unterm Strich etwa so viel wie Götterspeise, nicht zu verwechseln mit Wackelpudding, oder Speise Gottes. Die Bezeichnung stammt wahrscheinlich davon, dass Theobromin auch in Kakaobohnen enthalten ist, mit ca. 1-2,5% und indigene südamerikanische Völker eine ähnliche Bezeichnung für die Kakaofrucht, also die Speise der Götter hatten. Dieser Begriff wurde dann in Anführungszeichen griechisiert und fand Einzug in die wissenschaftliche Literatur des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1841 wurde Theobromin erstmals vom russischen Chemiker Alexander Abramovich Voskresensky isoliert. Beide Substanzen, Theophyllin und Theobromin, sollen eine Vasodilatation bewirken, also eine Zitatvergrößerung des Durchmessers eines Blutgefäßes durch Entspannung der glatten Gefäßmuskulatur. Der Begriff stammt von lateinisch Vas für Gefäß und lateinisch Dilattatio von Latus gleich Breitweit von großem Umfang und Dilattatio gleich Ausdehnung Erweiterung. Neben Teeblättern ist Theophyllin in geringen Mengen z.B. auch in Kaffeebohnen, Guaraner und oder Kohlenüssen enthalten. Der Begriff in Anführungszeichen in geringen Mengen ist relativ, da unter gering jeder etwas anderes begreifen könnte. So sei dies im Kontext des Theophyllingehalts hier spezifiziert. In der Botanik werden von 0,03% in Teeblättern, über 0,05% bei Kakao bis hin zu 0,25% bei Guaraner Pflanzen gesprochen. Wie man sieht, demnach wirklich relativ wenig. Theophyllin bei Asthma und COPD Auf der Wirkung der Vasodilatation, also der Gefäßerweiterung, beruht der Einsatz von Theophyllin als Anti-Asthmaticum. Die Korrelation zwischen Kaffeekonsum bzw. dem darin enthaltenen Koffein und einer Linderung bei Asthmaanfällen wurde erstmals 1859 vom englischen Arzt Henry Salter beschrieben. Als sogenannter Bronchodilatator, also die Bronchen erweiternd bzw. Bronchospasmolytikum, also ein Bronchenkrampflöser, kommt Theophyllin seit an die 100 Jahre zum Einsatz. Barnes schreibt, Zitat, In jüngerer Zeit wurde gezeigt, dass es bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung in Klammern COPD in niedrigeren Konzentrationen entzündungshemmende Wirkungen hat. Der molekulare Mechanismus der Bronchodilatation ist die Hemmung der Phosphodiesterase in Klammern PDE3, aber die entzündungshemmende Wirkung kann auf die Hemmung der Aktivierung von PDE4 und der Histon Deacetylase 2 zurückzuführen sein, was zum Ausschalten aktivierter Entzündungsgene führt. Durch diesen Mechanismus kehrt Theophyllin auch die Corticosteroidresistenz um, was bei schwerem Asthma und COPD von besonderem Wert sein kann. Theophyllin wird heute in der Regel als Zusatztherapie bei Patienten mit Asthma eingesetzt, die mit inhalativen Corticosteroiden mit oder ohne langwirksame Beta-2-Agonisten nicht gut eingestellt sind und bei Patienten mit COPD mit schwerer Erkrankung, die nicht durch eine bronchodilatatorische Therapie kontrolliert werden kann. In Zukunft könnte niedrig dosiertes Theophyllin nützlich sein, um die Corticosteroidresistenz bei COPD und schwerem Asthma umzukehren. Zitat Ende. Anmerkung. Wenn hier von COPD gesprochen wird, dann ist darunter die englische Bezeichnung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung gemeint. Diese setzt sich zusammen aus C für chronic, also chronisch, O für obstructive, also Obstruktion, also ein Verschluss durch Verengung, P für pulmonary, also pulmonal, was die Lunge betreffend bedeutet und D für disease, also Erkrankung. Er gibt dann unterm Strich COPD, also die Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Theophyllins Toxizität und Kontraindikationen Aus moderner, pharmakologischer Sicht besitzt Theophyllin wohl nur noch ein relativ enges therapeutisches Fenster bei der Behandlung von Asthma und der COPD, was wohl nicht zuletzt auf seine Wechselwirkungen mit anderen Substanzen bzw. Medikamenten beruht. Die Literatur spricht in der Regel von unerwünschten Nebenwirkungen, wenn die Serum-Theophyllin-Konzentration einen Wert von 20 mg pro Liter überschreitet. Zu den häufigsten negativen Nebenwirkungen zählen zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, gastroösofagialer Reflux, Symptome, die das zentrale Nervensystem betreffen, wie über Schwindel, Benommenheit und Reizbarkeit. Theophyllin ist demnach nicht mehr das Mittel erster Wahl, wenn es um die Behandlung von Asthma und COPD geht, obgleich es dennoch zur Unterstützung weiterhin Anwendung findet. Selbstredend gibt es auch bei Theophyllin sogenannte Kontraindikationen, also Gegenanzeigen, auf die man achten sollte. Zu diesen zählen beispielsweise kardiovaskuläre Vorerkrankungen, zystische Fibrose, Leberfunktionsstörungen, Schilddrüsenüberfunktion, Magengeschwüre, Anfallsleiden wie zum Beispiel Epilepsie und dergleichen. Theophyllin bei Verletzung und Multiple Sklerose. Für bemerkenswert halte ich die Forschungsarbeit von Neurobiologin Prof. Dr. Claire Jakob und ihrem Team. Diese publizierten 2020 ihre Forschungsarbeit unter dem recht kryptischen Titel Zitat Worum es dabei geht, beschreibt eine Pressemitteilung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 05.08.2020 auch für medizinische Laien deutlich dechiffrierter mit dem Titel Zitat So heißt es in dieser Pressemitteilung unter anderem Zitat Zitat Ende Bei diesen Forschungsergebnissen handelt es sich um Tierversuche, die dennoch nicht minder interessant sind. Um zu begreifen, was Theophyllin hier macht, sei an dieser Stelle kurz erklärt, wobei es sich bei der Erkrankung der sogenannten multiplen Sklerose handelt, um danach wünschenswerterweise ableiten zu können, wie Theophyllin hier zum Einsatz kommt. Multiple Sklerose abgekürzt mit MS wird auch als Encephalomyelitis Disseminata abgekürzt mit ED bezeichnet. Die Begriffe erklären sich etymologisch wie folgt. Multiple bedeutet einfach mehrfache und Sklerose kommt von Griechisch Sklerosis, was Verhärtung bedeutet von Skleroin gleich Verhärten. Demnach unterm Strich etwa so viel wie mehrfache Verhärtung. Dechiffrieren wir nun auch noch den bandwurmartigen Begriff der Encephalomyelitis Disseminata. So erhalten wir Encephalomyelitis Disseminata von En, also dem griechischen Präfix, also eine Vorsäube für Deutsch In, Cephalo von griechisch Kephalos, also gleich Kopf. Dann haben wir daraus Encephalo, was griechisch Encephalos bedeutet, also auf Deutsch, was sich im Kopf befindet. Dann haben wir Myel, für griechisch Myelos gleich Mark und dem Suffix, also der Endsilbe Itis, was immer Entzündung bedeutet. So erhalten wir aus Myel und Itis dann die Myelitis, also zu Deutsch eine Rückenmarksentzündung. Und dann haben wir noch Disseminata, was sich zusammensetzt aus dem Präfix, dem Lateinischen Dis, was so viel wie Zer, Un, Ab, Ent, Miss bedeutet, also immer eine Trennung oder einen Gegensatz ausdrückt. Und Seminata kommt von Lateinisch Seminare, was so viel wie Erzeugen, Pflanzen, Säen bedeutet. Und Seminata ist dann das Partizip von Erzeugen. Das heißt, wir erhalten dann aus Disseminata, etwa so viel wie zerstreutes Vorkommen. Merke, das Suffix, also die Endsilbe Ose, wie in Sklerose, deutet immer auf ein meist chronisches degeneratives Geschehen hin. Das Suffix Itis, wie in Myelitis hingegen, beschreibt ein chronisches oder akutes entzündliches Geschehen. Nun könnte man meinen, dass es sich dabei um gegensätzliche Phänomene handeln müsste. Doch bei der Multiple Sklerose, also MS, handelt es sich eben um chronische Entzündungen der Nerven bzw. des zentralen und peripheren Nervensystems, was über kurz oder lang zu einer Degeneration der Myelinscheiden führt. Somit liegt der Ursprung in einer meist chronischen Entzündung, also Itis, die dann aber zu einem degenerativen Geschehen, also Ose, führt. Wie oben etymologisch dechiffriert, bedeutet Myelos gleich Mark. Bei der MS kommt es, ganz einfach ausgedrückt, also zu einem Abbau der fettreichen Myelinschicht um die Nervenfasern herum. Da Nervenfortsätze, sogenannte Axone, bekanntlich Informationen elektrisch weiterleiten, von der chemischen Übertragung im sogenannten synaptischen Spalt mal abgesehen, kommt es dann, laienhaft ausgedrückt, zu einer Abisolierung der Nerven respektive der Myelinscheiden. Also ganz einfach erklärt, so als würden sie die Isolierung eines Stromkabels, welches noch Spannung führt, entfernen. Liegen die in Anführungszeichen Drähte dann blank, läuft man Gefahr, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Ähnliches passiert auch im menschlichen Körper, wenn die in Anführungszeichen Isolierung, also die Myelinscheiden, der in Anführungszeichen Kabel, die hier die Nerven darstellen, abgebaut wird. Wollen wir es an dieser Stelle mit dieser sehr vereinfachten Beschreibung der MS belassen und uns aus Gründen der Umfänglichkeit lieber darauf fokussieren, wie Theophyllien wieder für eine bessere in Anführungszeichen Isolierung der in Anführungszeichen Nervenkabel sorgen könnte. Wie die Kapitelüberschrift zeigt, können Nervenschäden nicht nur durch Krankheiten wie die MS entstehen, sondern auch zum Beispiel durch Unfälle, bei denen es zu Nervenschädigungen kommt. Auch diese muss der Körper dann möglichst gut und schnell regenerieren, wobei ihm das Theophyllien helfen können soll. So schreibt Professor Dr. Jakob diesbezüglich, Zitat, dies wird mit dem Wirkstoff Theophyllien erreicht. Mäuse, die vier Tage lang mit Theophyllien behandelt wurden, zeigen deutliche Verbesserungen. Die Wiederherstellung der Myelinscheide war im peripheren Nervensystem besonders beeindruckend und die Neurone erholten sich vollständig. Auch im zentralen Nervensystem verlief die Regeneration viel besser, sodass sowohl bei jungen als auch bei alten Mäusen nach einem Monat ein schneller und effizienter Aufbau der Myelinumhüllung festzustellen war. Dabei genügte eine niedrige Dosis des Wirkstoffes, um die Verbesserung in Gang zu setzen. Ein großer Pluspunkt im Hinblick auf die bekannten Nebenwirkungen von Theophyllien, die bei höheren Dosen auftreten. Theophyllien zur schnelleren Regeneration nach dem Sport? Wenn Theophyllien sogar zum Wiederaufbau der Myelinschicht respektive der Regeneration von Nervenzellen beitragen kann, dann sollte es doch auch bei der Regeneration beim Training helfen können, oder? So zumindest mal eine Überlegung. Insbesondere aber wahrscheinlich nicht nur beim intensiven Krafttraining im Maximal- oder hohen Submaximalbereich, also zwischen 100% bis größer gleich 85% vom sogenannten One-Repetition-Maximum. Also insbesondere dann, wenn es sich um eine sehr starke neuronale Belastung handelt und weniger um eine Belastung der Muskelphase. Für all diejenigen, für die Trainingsplanung im Krafttraining ein Novum oder Neuland ist, sei in aller Einfachheit gesagt, dass ich von maximalen Kraftanstrengungen im Bereich von einer bis etwa drei Wiederholungen spreche mit dem aktuellen schwerstmöglichen Gewicht. Demnach kein Muskelaufbautraining, sogenanntes Hypertrophietraining, wie man es vom Bodybuilding her kennt, sondern Krafttraining. Also immer dann, wenn auch eine sehr hohe Belastung des zentralen Nervensystems vorliegt, könnte Theophyllien die Regeneration nach eben diesem beschleunigen. Und wir wissen alle, dass Regeneration stets der in Anführungszeichen Flaschenhals für schnellere Fortschritte darstellt. Dann man es stets nur so gut, wie schnell man sich von einem Training eben erholen kann. Theophyllien, Dosierung und Bezugsquellen Wie so oft sind die Darreichungsformen mannigfaltig, so auch bei Theophyllien. Die Einnahme kann grundsätzlich oral, also zum Beispiel in Pulver- oder Kapselform, oder intravenös durch geeignete Mischung erfolgen. Als Medikament ist Theophyllien in Deutschland, Stand 1223, ab gewissen Dosierungen verschreibungspflichtig. Gängige Dosierungen als Tablettenform, also sogenannte Retard-Kapseln, liegen bei 125 mg und 250 mg. Letztere scheinen aber mittlerweile außer Handel bzw. nicht mehr erhältlich zu sein, auch nicht auf Rezept. Dies muss übrigens nicht immer auf die in Anführungszeichen böse Pharmaindustrie zurückzuführen sein, die einem jedes vermeintliche heilsbringende Tonikum verwehren möchte, sondern kann, muss aber nicht, zum Beispiel schlicht auch einfach daran liegen, dass es eine zu geringe Nachfrage an einem Präparat gibt. Nämlich ist, in Anführungszeichen, Big Pharma, wie der medizinisch-industrielle Komplex oft tituliert wird, nicht dämlich. Was demnach keinen Umsatz beschert, das fliegt schlicht und einfach aus dem Produktportfolio. Allerdings bedarf es bei Theophyllien wohl gar keiner solch, in Anführungszeichen, hohen Dosierungen von 125 bis 250 mg. Wie bereits im Kapitel über Multiple Sklerose zitiert, konnten Untersuchungen zeigen, dass eine niedrige Dosierung des Wirkstoffes für den Wiederaufbau der Myelinschicht genügte. Viel hilft bekanntlich nicht immer viel und mehr ist eben auch nicht immer besser. Doch wie viel ist, in Anführungszeichen, eine niedrige Dosierung? Wie ebenfalls bereits zitiert, spricht die wissenschaftliche Literatur von negativen Nebenwirkungen ab Plasmakonzentrationen von um die 20 mg pro Liter. Demzufolge würde ich mit einer Dosierung beginnen, die deutlich darunter liegt, um mich langsam ranzutasten. Allgemeingültige Dosierungen kann ich an dieser Stelle selbstredend nicht abgeben, da die Dosierung immer vom Individualfall abhängt. So macht es, wie man wünschenswerterweise nachvollziehen kann, wohl einen deutlichen Unterschied, ob man Theophyllien nun einfach mit dem Ziel einnimmt, die Regenerationsfähigkeit nach intensivem Krafttraining zu beschleunigen oder ob man es eventuell einnimmt, weil man an Multiple Sklerose oder beispielsweise COPD leidet. Weil Sie Ihren Individualfall in einen Kontext bringen wollen und die Sinnhaftigkeit einer Theophyllieneinnahme diskutieren möchten, dann dürfen Sie dies grundsätzlich gerne als mein Patient tun. Schreiben Sie hierzu einfach eine E-Mail an info-at-heilpraktiker-stößlein.de mit dem Betreff Theophyllin-Beratung. Theophyllin-Konklusio Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet lesen, auch nicht, was das Stößlein hier in Anführungszeiten zusammenschwadroniert. Erziehen Sie sich stattdessen selbst zum kritischen Denken und üben Sie sich stets fleißig im Hinterfragen. Ein Informationsartikel stellt keine Heilaussage oder Heilversprechen dar und ersetzt auch nicht das eigene Denken und Experimentieren. Auch wenn man Dinge wie in Anführungszeichen Querdenken mittlerweile diffamiert und mit kritischem Denken oder gar einer Meinung, die nicht konform der der Masse, schnell zum Verschwörungstheoretiker deklariert wird, so sind dies in Wirklichkeit doch hehre Attribute. Ich hebe keinen Einspruch auf Vollständigkeit bzw. der dargebotene Informationen über Theophyllin, Theopromin und dergleichen. Selbstreden kann, möge es auch vieles sein, nicht alles über Theophyllin als Quintessenz zu einem allumfassenden Artikel in Anführungszeichen destilliert oder komprimiert werden, alleine schon aus Gründen der Umfänglichkeit. Nichtsdestoweniger ist es nicht mein Anspruch, Dinge zusammenzudichten oder gar zu fabulieren, sondern stattdessen Interessantes zusammenzutragen und mit eigenständig nachprüfbaren Quellen für den geneigten Leser transparent darzustellen. An dieser Stelle möchte ich noch eine Buchempfehlung zum Thema aussprechen, und zwar das Buch von Wolfgang Lohcher von 1989. Dieses trägt den Titel Theophyllin, die Geschichte eines Wirkstoffs im Wandel der Anwendung. Ich verlinke dieses unten in der Videobeschreibung. Dieses ist zum Teil schon für deutlich unter 10 Euro zu haben. Auch bei Theophyllin bleibe ich gespannt, welche neuen Entdeckungen in Zukunft vielleicht noch von sich Rede machen werden. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Lesen und weise natürlich wieder darauf hin, den Kanal zu abonnieren, auf die Glocke zu klicken, das Video zu teilen und auch gerne zu kommentieren, denn all diese Dinge helfen unglaublich viel für den YouTube-Suchalgorithmus. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, Mitglied des Kanals zu werden und bekommen im Gegenzug sehr viel früher Zugang zu allen neuen Videos. Abschließend bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören, auch das Zuschauen und wünsche allen eine energiereiche Zeit. Bleiben Sie gesund und bis bald.